Also ich finanziere die Fahrzeuge über Scania Finals und versichert habe ich die auch über Scania, weil alles aus einer Hand ist für mich eben viel besser, weil ich habe einen Ansprechpartner. Es ist wenig Aufwand, ich muss nicht viel rumtelefonieren, ich rufe dann denjenigen an und dann wird das zur vollsten Zufriedenheit geregelt.